Ich glaube, prinzipiell sind alle meine Tätowierungen für mich etwas Besonderes, weil grundlos sich zustechen, das mache ich eigentlich nicht, sondern es hat eigentlich jeder seinen Wert für mich. Eine davon ist die WM-Medaille von 2013 und das war natürlich einer der schönsten Tage meines Lebens bisher. Was Unglaubliches, was da passiert ist, ich meine, das kann man nicht planen. Allein der Weltmeistertitel im Team ist schon etwas Sensationelles und dann, wie das Ganze entstanden ist, natürlich noch mehr und das habe ich mir schon verewigen müssen. Oh, kein Sturz! Wahnsinn! Sensationell! Er überquert die Linie auf einem Ski! Wenn die nächste wichtige WM-Medaille oder was auch immer kommt, dann ist sicher auch noch genug Platz auf meinem Körper vorhanden, das auch wieder zu verewigen. Also das werde ich dann auch sicher machen. Ich bin ein, was 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 ich bin Untertitelung des ZDF, 2020